Moin moin liebe Filmfreunde ich bin es wieder euer Alex ja und heute gibt es mal wieder ein Mediabook Unboxing. Durch die ganzen Unboxings vom Angleis ist mir aufgefallen. Du willst ja eigentlich auch mal zwischendurch Unboxings machen. Ich habe das jetzt lange Zeit ein bisschen versäumt. Vor allem weil meine Konstruktion mit der ich aufgenommen habe ja suboptimal war. Jetzt habe ich andere Möglichkeiten und möchte natürlich auch gerne mal ausprobieren. Ja und zwar geht es heute um das Mediabook hier von Spine of the Night. Spine of the Night hat mich sehr interessiert, weil das ist so ein klassischer Adult-Animationsfilm wie zum Beispiel damals Herr der Ringe, Heavy Metal, Heavy Metal Fuck Two und die ganzen Sachen in der Richtung. Ich bin das war kein riesen Fan von, aber der Trailer sah schon cool aus. Ich weiß noch nicht, ob der Zeichenstil mir hundertprozentig gefällt, aber naja. Es sah auf jeden Fall sehr interessant aus, auch von dem, worum es geht. Und ja, Animationsstil hat schon irgendwo was. Auch die Mühe, die da reingeflossen ist, werde ich aber tatsächlich im eigentlichen Film dann erst sehen können. Aber gut, wir wollen ja hier mal in dieses Mediabook reingucken. Habe ich auch auf Mediabook geholt, einfach weil ich komplett verkönnt, dass da eine Armory kommt. Und so habe ich eine 4K Bluray, die mir aktuell noch nichts bringt. Aber sieht auf jeden Fall schon mal ganz schick aus. Aber gut, gucken wir erstmal richtig rauf und rein. Ja, hier haben wir das Mediabook. Ich habe das schon mal ausgepackt. Dieser ganze FSK 16 Flatschen, der war tatsächlich auf der Folie aufgeklebt. Ja und man sieht es hier auch mit dem Licht, also das scheint hier richtig schön durch die Gegend. Je nachdem wie man es dreht, wie das Licht drauf fällt. Es hat schon einen coolen Effekt. Hat auch hier der Spine tatsächlich. Spine of the Night. Passt auch hier mit dem Spine. Also sieht auf jeden Fall vom Cover her super schick aus. Also muss man klar sagen. Hinten, ja gut, da steht normal worum es geht. Die Sumpfhexe Zott sucht nach einer blauen Zauberblüte und so weiter und so fort. Guckt euch den Trailer an. Das bringt da wahrscheinlich am meisten. Ja und ich kann ja mal hier kurz, könnte man sehen, aber ich finde es cool, wie das hier mit dem Glanz gemacht ist. Also das ist nicht einfach nur matt raufgeklatscht, sondern sieht ein bisschen besser aus. Gucken wir mal hier was an Specials drauf ist. Ein Audiokommentar mit dem Drehbuchautor und dem Regisseur. Ein Kurzfilm, noch ein Kurzfilm, also zwei Kurzfilm, noch dabei. Ein Making of, ein Trailer und oh, das finde ich schön. Ein 40-seitiges Booklet von Rolf Giesen. Ich kenne jetzt Rolf Giesen nicht, aber alleine ein 40-seitiges Booklet. Das ist ja schon mal mehr als die 16 Seiten, die man sonst häufig hat. Das finde ich oft nämlich ein bisschen wenig. Und ja, gucken wir mal rein. Und ja, ich hole mal hier die Disc raus, dass man mal das Beckenmotiv so ein bisschen sehen kann. Das geht hier sauber ineinander über. Das ist schön. Die Disc sieht auch ganz cool aus. Sehr schön. Da ist er. Hallo. So. Ja, aber das Motiv sieht schon mal sehr cool aus. Dann gucken wir mal hier. Oh, das ist aber... Lässt sich hier noch nicht ganz so gut blättern. Ja, ich finde es wirklich schön, dass wir hier mal wirklich wieder ein Booklet haben, dass man ein paar Seiten mehr hat und nicht immer nur diese obligatorischen 16 Seiten. Klassische Heldengeschichten. Gilgamesch-Epos wird hier drauf verwiesen. Ramayana Mahabharata. Also indische Nationalebene kenne ich mich jetzt nicht so mit aus. Und ja, hier geht es auch noch mal um Regisseur John Bowman, der wie Excalibur von 1981 ja auch schon so ein Fantasy-Prototypen geschaffen hat. Daran orientiert sich der Film hier wahrscheinlich. Ich finde das auch hier sehr schön, dass sie farblich immer sehr unterschiedlich ist, dass man eine schöne Kombination von Bild und dann durchaus auch ein bisschen Text hat. Ja, geht es hier um Sword & Sorcery, offenkundig. Eine Heroic Fantasy amerikanischer Prägung ist eine moderne Weiterentwicklung, eine Motivation dieser Klassiker. Aber diese klassischen, pulpigen Sword & Sorcery Filme, die sind ja auch immer sehr cool. Hier so ein paar Concept-Arts. Das sieht auch ganz cool aus. Hier geht es dann um Conan. Passt auch mit dem Bild. Ich muss auch sagen, das Papier, das fühlt sich auch ein bisschen dicker an. Das ist auch scheinbar nur foliert. Also es hat eine sehr interessante Haptik. Fühlt sich auch relativ wertig an, tatsächlich. Nicht so dieses klassische, dünne... Ja, oft sind ja Mediabook-Booklets inzwischen eher hingeschlotzt. Aber das fühlt sich auch sehr gut an. Das Randalieren da draußen auf dem Flur, Leute. Fantasy auf der Leinwand. Hier nochmal ein paar Concept-Arts. Sieht auf jeden Fall sehr wild aus. Der Herr der Ringe, Star Wars. Da wird hier auf andere Fantasy-Sachen scheinbar eingegangen. Ja, Feuer und Eis. Das ist natürlich auch einer dieser Klassiker, dieser Adult-Fantasy-Zeichentrick-Filme. Die der hier sicher auch als Vorbild genommen hat. Man sieht auch hier, wie das Papier hier teilweise glänzt. Also das ist... Haben sie wirklich... Ups. Bisschen was Hochwertigeres genommen. Das finde ich wirklich cool. High-Fantasy-Feeling-Pur. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich High-Fantasy wird. Oder eher ein bisschen Dark-Fantasy oder Low-Fantasy. Naja. Aber wie gesagt, man sieht, wird hier auf einige Sachen sehr viel eingegangen. Die Bebilderung im Hintergrund. Ich finde das auch, dass das wirklich immer sich so ein bisschen abwechselt. Sehr schön. Wirkt das auch nicht so langweilig. Die extreme grafische Gewalt, die Spine of the Night auszeichnet, ist jedoch niemals selbstzweckhaft. Ein starkes Plädoyer gegen Vergangene und Künftige Kriege. Da bin ich ja mal gespannt. Klingt schon mal sehr hochtragend. Hier nochmal ein paar Concept-Arts. Oh, eine Zeittafel. Ha! Geht hier los mit Tolkien. Irvin Howard und so weiter und so fort. Der Hobbit. Ralf Bakshi wird geboren. Bakshi ja durch die Herr-der-Ringe-Verfilmung. Auch bekannt geworden. Und auch durch diese interessante Technik, die er benutzt hat. Es ist wirklich hier einiges an Fantasy-Sachen, die hier eine Rolle spielen. Er wird sogar auf Toshiro Mifune als Prinz Yamato Takeru eingegangen. Mit den Three Treasures. Das ist also auch interessant. Ja, hier die Valhalla-Realverfilmung. Glauben wir mal interessant. So eine Zeittafel, die so ein paar Highlights in dem Bereich, im Fantasy-Bereich beleuchtet. Hier auch sogar Dungeons & Dragons wird erwähnt. Oh, Nippel. Den zensieren wir mal. Ja. Und auch hier finde ich auch wieder sehr schön. Hier dann die Blu-Ray, das andere ja die 4K-Scheibe. Ich finde das sehr schön gemacht, dass das Booklet hier wirklich richtig mit drin ist. Dadurch lässt sich etwas schlechter blättern, aber das ist fest mit drin. Nicht so einfach nur geklammert. Und dass hier wirklich die Motive übergängig sind. Das finde ich sehr, sehr schön. Gut, von Kochfilms, beziehungsweise wie sie jetzt heißen, Plyon, ist man ja auch gewohnt, dass die eine gewisse Qualität bringen. Nee, aber das Media Book ist wirklich sehr schön. Auch hier von der Haptik. Man merkt hier genau, dass das auch noch ein bisschen extra foliert ist, denke ich mal. Hier auch, also finde ich ja immer schön, wenn so ein Media Book nicht einfach nur eine platte Folie ist, sondern auch so ein bisschen Kleinigkeiten hat, wenn man da rüberfährt mit dem Daumen, dass das anders aussieht. Das sind hier interessante Effekte mit dem Licht, wenn man da mit der Hand ist. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schick aus, das Media Book. Gesundheitsschatz. Ja, ich halte hier mit dem Betrieb auf, in dem ich Videos aufnehme. Aber sieht wirklich schick aus. Booklet. Nun müsste ich mir dann auch durchlesen. Aber es ist mal schön, dass es dann halt wirklich mal ein etwas dickeres Booklet ist und nicht so ein, ja, spartanisch gehaltenes. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ist auf jeden Fall ein schönes Media Book. Man muss natürlich sagen, es ist halt von Koch. Es ist zwar dünner als normale Media, äh, so dick wie ein normales Media Book. Nicht so dick wie die anderen Koch-Teile, die ja dann, ich sag mal, diese dicke hier haben. Ich versuche das mal so zu zeigen. Aber es ist natürlich von der Höhe her auch etwas kleiner als die klassischen Media Books. Die sind dann ja, ja, vielleicht nochmal so ein Stück höher. Ich weiß, diese kleinen Media Books mag nicht jeder, aber ist auf jeden Fall eine schicke Edition. Jetzt hoffe ich, dass der Film tatsächlich richtig klasse ist. Wenn nicht, na, muss man mal schauen, ob das dann in der Sammlung bleibt. Aber gut, ich wechsle mal wieder die Kamerasicht. Ja, da haben wir wieder den Typen. Also, ich habe ja eigentlich schon alles gesagt. Es ist wirklich ein schönes Media Book. Wie gesagt, jetzt bin ich nur mal auf den Film gespannt. Da ist man ja schon Dreck drauf hier. Wenn das einmal runter schlägt. Ne, aber haut mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Media Book Design findet. Also, wie gesagt, die Haptik finde ich ganz gut. Ein paar kleine Spiele rein drauf. Es ist halt, wenn man da mit Licht arbeitet, dann hat das auch ein paar nette Effekte. Und wie gesagt, das Booklet, endlich mal wieder ein Booklet. Nicht nur 24 Seiten, aber 16 Seiten. Was ich ja mal ganz besonders spartanisch finde. Bin mal gespannt auf den Film. Ne, und ja, muss ich mal gucken, ob ich denn mal wahrscheinlich eher bei Instagram kleines Review dazu mache. Weil auf dem Kanal mit den Reviews, die geplant sind, das ist schon proppenvoll. Ne, aber stimmt auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Und ja, wie gesagt, man kennt es ja von Koch. Bringen ja eigentlich auch Qualität raus. Beziehungsweise jetzt ja Play-On. Aber, ja, ich versuche euch, den mal auf dem Laufenden zu halten. Wie gesagt, wahrscheinlich eher bei Instagram das Review. Aber könnt ihr auch gerne mit reingucken dann. Ja, also, falls ihr den Film schon gesehen habt, haut mir in die Kommentare, wie ihr den Film fandet. Und ansonsten, wie immer, bleibt gesund. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.